Okay. Oh Gott. Ich muss heute die ganze Zeit niesen, ich weiß auch nicht. Ruhig. Dankeschön. Wenn ich durch Fallschaden sterbe, könnte wäre er höher. Ja, bei mir auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall. So oft wie ich manchmal runterfalle, bin ich froh, dass man keinen Fallschaden bekommt. Eww. Was heißt hier verlaufen? Ich bin nur ein Stück zurückgegangen. Ich muss da runter, okay. Möchte ich das? Da oben ist noch... Oh nein. Ist das ätzend? Wie kommt man denn an die ganzen Sachen ran? So jedenfalls nicht. Ach komm! Lüge! Wenigstens das habe ich gefunden, immerhin. Manchmal verbuggt er sich, äh... Das ist komisch. Oh, das sieht aus wie so ein Bosskampfareal, finde ich. Oder drei Millionen Gegner. Wie viel Stück sollen den... Das ist ja nicht gut. Oh, die sind im Weg! Die Sackgesichter. Was ist denn Töten? Oh, da ist wieder so einer! Ihhh! Das ist doch ein Kackwurst mit Beinen und angekettet. Ich hab komische Vorstellungen. Ich weiß. Das ist wies, aber echt eklig! Ich muss in der Luft nochmal springen. Ach so, wegen eben, ne? Ja. Manchmal ist die Steuerung nicht ganz sauber, aber macht trotzdem Spaß. Was ist das? Oh Gott, was ist das denn? Nein! Nein! Nicht ihr! Ah, ich hab die voll vergessen. Oder eher gesagt verdrängt. Psycho-Scherlen-Monster. Scheren-Gustaf ist wieder da. Ja! Ah! Einer ist schon noch nicht. Vielleicht kommt noch mehr. Die ganze Wand ist ja voller Masten. Ja, war klar. Das wird ein langer Spaß hier sein. Ja, wie muss ich denn jetzt kommen? Ein Mannin, eigentlich ist ja das. Nie bin ich. Für mich, bitte. Das war's für mich, das macht mich. Da bin ich. Scheiße. Ich binㅋㅋ Ich bin, dass du siehst. Übertönt mich das Spiel immer noch teilweise oder ist es jetzt besser? Also besonders im Kämpfen, da rede ich ja manchmal, weil ich nervös bin oder beleidige den Gegner, ich weiß nicht. Findest du den Ton okay? Was heißt okay? Kann man mich hören oder? Das ist jetzt so die Frage. Weil das heißt ja im Grunde, ach hier ist es, dass ich im letzten Stream übertönt wurde vom Spiel. Was nicht gut ist. Ich möchte auch so auf die Straßen rumsliden. Okay. Beim letzten Mal war der Ton auch okay. Ja, aber heute wurde ich übertönt, ich weiß nicht warum. Ich verstehe manchmal nicht. Entweder ist es die Elgato, die so jedes Mal anders ist oder ich hab keine. Und ich weiß ganz genau, dass ihr sie alle sehen wollt. Ich auch. Seid ihr bereit? Mal gucken, von welcher Ecke sie diesmal kommt. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Hallo Mott! Wie geht's? Wie geht's? Das ist Karma, Bitch. Karma. Alter! Die fährt viel schlimmer als ich! Was ist der Beweis? Also ich fast tot bin ganz gut? Was? Wieso das denn? Was ist los? Was? Ja, mir fehlt meine Mama. Kannst du mich um... Männergrippe? Ah, gute Besserung. Sie fährt wie ich. Ja, sag ich ja. Ich bin unschuldig. Sven ist viel schlimmer. Ne? Oh, das wäre cool. Okay. Ich glaube, ich spare jetzt. Weiter auf der dämonischen Bestie Nightmare. Was? Ich kann darauf reiten? Boah, was zur Hölle, wie viele Orbs brauche ich? Das Einzige, was ich mir immer erlaube, ist noch mehr Leben. Das Outfit! Ich weiß leider nicht, was das ist. Das ist so sinnlos, aber kostet so viel. Ja, das kostet wirklich sehr viel. Ja, das kostet wirklich sehr viel. Viel zu viel. Aha. Aha. Aha, was ist das denn? Oh nein. Jetzt kommen die richtig abgefuckten Viecher. Mit einem Leben mehr habe ich das durchgespielt. Ach, ich mache das immer. Wenn ich irgendwas upgraden kann, mache ich. Ich übertreibe sogar nicht mehr. Wie? Was ist das? Ah! Hier nimmt den, kümmert euch um die Dicken und ich ganz, ganz weit weg. Die Maske hat sich verändert, warum? Oh, ist das eklig. Oh nein. Es geht nicht das. Es geht nicht das. Oh nein. Oh nein. Die Augen platzen. Okay, das ist widerlich. Das ist echt widerlich. Da ist noch einer? Oh nein. Hm, Dietmar. Das war's für mich. Autsch! Okay, die sind richtig eklig. Die sind weg. Die sind weg. Die sind weg. Was hat er? Was hat er? Hä? Bin ich fertig? Hä? Und Pia, dankeschön für dein Geschenk an Mott. Und auch schon 61, Alter. Erwachen.